Eine Rolex will er haben für 19.000 Euro, Digga. Was, Digga, was ist denn das? Der hat nur weirde Sachen drauf, Bro. Rollrasen? Was? Digga, der kostet 7.000 Euro. No flotts, liebe Mods, haben wir gesagt, der komplett lost, Alter. Leute, folgendes. Danke erstmal für den Support. Wir sind jetzt hier ungefähr 6.000 Leute. So, meine Mods haben mir eine kleine Wunschliste zusammengeschickt. Kevin hat schon mal so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Digga, ich kaufe meinen Mods alles, was sie sich wünschen. Und genau das machen wir jetzt auch, Leute. Ich schaue mir jetzt gemeinsam mit euch an, was meine Mods sich gewünscht haben auf ihrer Amazon-Wishlist. Wir gehen uns zusammen durch. Ich bin gespannt. Ich kaufe denen das auch. Ich habe denen gesagt, ihr könnt so 75 bis 100 Euro pro Person ausgeben. Und ich bin mal gespannt. Das sind sehr viele Mods, wie ihr seht. Also es wird ein teurer Spaß, sage ich mal. Okay, Kerbo, Digga. Kerbo hat sich hier gewünscht einen HyperX DDR4. Das ist RAM. Mehr Leistung und für schnelleren Crossland-Support. Derzeit, glaube ich, ausverkauft. Eventuell woanders. Kann ich? Das kriegt man hin. Und jeden Tag Kräutertee, Pfefferminze. Für die Nerven beim Moderieren. Ja, Bro, also den Kräutertee kaufe ich dir. Definitiv. Den kaufe ich dir, den Kräutertee, Digga. Alright. Wen haben wir hier? Spuckschmutz ist immer gut. Er möchte hier einen Popschutz haben fürs Mikrofon. Eine Rolex will er haben für 19.000 Euro, Digga. Rolex Datejust 41 mm Herrenarmbaduhr automatisch per Mut Diamant Zifferblatt. Weiß. Ja. Genau das feiere ich. Chillig, Digga. Nein, gönne ich dir. Auf jeden Fall, Bro. Ist halt ein nicer Flex. Absolut Noblechairs Kissen, damit ich wenigstens eine Sache von Noblechairs habe. Okay, Digga, da komme ich ran. Coca-Cola werde ich dir nicht kaufen, Digga. Ich werde dir keine Coca-Cola kaufen, Bro. Ich bin Red Bull-Partner. Du kriegst Red Bull-Cola von mir zugeschickt. Und Boland, die Perücke von Ryan für Videokonferenzen natürlich, Digga. Ich habe gerade so gespuckt, Alter. Alright. Okay. Alles auf die Rolex. Glaube ich, kriegen wir hin. Machen wir. Okay, was haben wir hier? Tony will haben ein Twitter-Follow von Revi, damit ich von meinen Freunden flexen kann. Ja. Ist, denke ich, mal drin, Bro. Können wir auf jeden Fall machen. Bianca Heinecke Cutout, Pappaufsteller. Allianz, mein Lieber. Bro. Bianca Heinecke Pappaufsteller. Ja, Digga. Eigentlich extrem unnötig, aber wenn mir Bibi beim Modern zu guckt, bekommt man mehr Motivation. Oh, mein Gott, Junge. Oh, mein Gott. Molizu Duck-Maske. Halloween-Tier. Deluxe-Maske. Ladex-Motiv. Gelb mit Maske für Kostüm. In Österreich gibt es eine FAP-2-Pflicht. Vielleicht geht die Maske noch durch. Also, Bro. Ich weiß nicht, ob das den gegen Corona schützt. Bin ich ehrlich. Ich glaube nicht, dass das gegen Corona schützt, Digga. Keiner braucht Gucci oder sowas. Jumpsuit, Onesie, Cartoon. Der hat nur... Digga. Der hat nur weirde Sachen drauf. Der hat nur weirde Sachen drauf, Bro. Digga, was ist denn das? Den will er haben. Das sind nur seltsame Sachen. Tony, bist du alright? Damit ich Lieder von Not-So-Cool besser hören kann. Okay. Okay, alles klar. Alles klar. Die Bluetooth-Box sehe ich. Baby Yoda-Plüschtiere kriegt der Sterne, weil ich lonely bin. Ein F in den Chat für Tony, Leute. Ich sage mal so. Ich sehe dich auf jeden Fall mit dem Pappaufsteller und der Box und dem Yoda, glaube ich, sehe ich nicht. Das passt, das passt. Das machen wir. Dann haben wir hier Ice-Lee. Sie hat hier Bücher drin, eine Festplatte, Ohrringe, Bücher. What the f... Hallo, Ice-Lee? Chat, checkt ihr das? Achtung, jetzt geht's los. Achtung. Bücher, Bücher. Überall Bücher, Bücher. Noch mehr Bücher. Ice-Lee will eine ganze Enzyklopädie. Sie will Bücher, Bücher. Bücher, Bücher. Also ich glaube, ich glaube, ich kaufe hier einfach ein paar Bücher. Oder hier den Hartschalen-Kofferset. Ice-Lee ist schon so lange dabei. Digga. Ja, ich glaube, ich kaufe dir... Ice-Lee, ich glaube... Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kaufe dir ein paar Bücher. Und hier die Unendlichkeits-Ohrringe, weil ich sie so schön finde. Ice-Lee kriegt auf jeden Fall Bücher, Bücher. Ich suche mir einfach welche raus, Digga. Was möchte er hier haben? Alexander, was willst du haben, Bro? Kines-Wi-Fi-Bluetooth-Mobil-Kit. LED-O-LED-Anzeigen. Bro, was? Ich kann das denn nicht kaufen. Der will irgendwelche Frauen in der Dusche ausspionieren. Guckt mal. Digga, der will so kleine Kameras bei irgendjemandem verstecken. Seht ihr das hier? Mit diesem Fisch-Augen-Objektiv. Alexander, können wir kurz reden, Digga? Der will irgendwo Frauen in der Dusche ausspionieren. Und ganz ehrlich, ich gönne es ihm. Kaufe ich dir alles, Bro. Machen wir. Okay, Bro. Jetzt gehen wir weiter mit Sir Ricochet. Der will so einen Sabaton, eine Sturmhaube haben für einen Tankstellenüberfall. Einen Wandkalender, ein paar Stifte. T43, das Duell. Skat auf HDMI und einen Wandkalender. Ja, Digga, ist vollkommen fein. Machen wir, Digga. Kriegen wir hin. Oaser Basilisk. Hyperspeed Wireless Gaming. Okay. Fariale. Kriegen wir auch hin. Ich gebe dir einfach eine Maus von HyperX. Die genauso gut ist. Machen wir, Digga. Kein Ding. Felix. Kabelkanal und Klettband auf Rolle. Mach dein BDSM, Scheiß, Digga. Ziehen wir durch. Kriegen wir hin. Schade, dass ich hier keine Dinger gemacht habe. Keine Kommentare, Alter. Ein Handyhalter. So komische Handschuhe zum ***en Winter. Und Bluetooth-Kopfhörer. Xiaomi. Äh, TV-Stream im Bluetooth-Fernbedienung. Google Assistant. Stanley Classic. Trigger Action Travelmark. Doppelwandiger. Vakuum-Otentilierter Becher für Kaffee, Tee, Wasser. Hält Getränk heiß oder kalt? Einhändlich bedienender BPA-frei. Hammer-Tone-Green. Hahaha. Für 500 Euro. Ah, chillig, Digga. Da kann ich das Gino-Dame-Wolf spielen. Das kann man spielen, wenn man kein Internet hat. Mein Lieblingsspiel. Dafür braucht man unbedingt 144 Hertz. Willen nicht übertreiben. Deshalb sind es nur so wenige. Okay. Geiles Ding. Ich möchte Minecraft-Aspiel. Mein Internet-Athlon ist nicht krass genug. Aber scheiße, das Ding. Brrrr. Bibisch. Wie geht's? Ja, Leute. Was geht? Ein PC für 8000 Euro. All right, Digga. Surfer-Tribble LP. Äh, Milita Easy Kaffeemaschine aus Kunststoff. Ja, Bro. Machen wir. Digga, die Red Bulls schicke ich dir natürlich zu. Kannst du mir auf Insta folgen. Heißt du das? Nein. Jochen Schweizer Geschenk. Flugbrutschein. Ein Porsche-Schlüssel. Rollrasen. Was? Rollrasen für 3000 Euro, Bro. Hahaha. Was hast du vor? Hahaha. Wie macht dieser Liste die Kommentare? Okay. Kaffeemaschine. All right. Kaffeekocher. Wasserkocher. All right. Red Bull. Gar kein Ding. Insta-Follow. Äh, Scheiß drauf, Digga. Wollt schon immer mal fliegen. 150 Euro. Damit ich in der Schule angeben kann, sonst kauf. Sonst kannst du mir deinen AMG leihen. So ein Ding ist das. Und hier beim Rollrasen. Beim Rollrasen steht einfach kein Kommentar. Kein Kommentar. 3500 Euro Rollrasen. Kein Kommentar dazu, Digga. Bundespolizeieinstellungstest. Eignungstest im B-Pulverfahren. Nicht so wichtig. Schau drauf einfach auf deine Zukunft. Perinox-Schlankheitskur. Bro, muss Hulk werden. Oh nein. Oh nein, Digga. Und hier den Rollstuhl. Was kostet der sonst so? Ah, entspannt, Digga. 7000 Euro. Der eine will nur Rolex haben. Der eine will nur Rolli. Und der will nur Rolli haben, Alter. Entspannt, Digga. Klar. Justin Julius klingt schon wieder dieser Brieföffner. Meine Briefe sind immer so schlecht aufgerissen. Digga, das Ding kostet 36 Cent. Crossair. RGB ist nice für die FPS. Wollte eigentlich einen neuen Kopfhörer, aber hatte keinen guten gefunden. Okay. Schwarzkopf, Gottebi, Edelmetall. Äh. Okay. Ach, das ist Juli gerade. Juli ist das hier. Hab gehört, Gottebi hat Gamer-Models. Ja, das bin ich. Ich bin Gamer. Oder sowas. Kakasutra. Ich muss irgendwie meine Inderruhe finden. Was ist das? Kakasutra. 52 inspirierende Techniken, das große Geschäft zu verrichten. Digga, auf Knacks kaufe ich dir das hier auf jeden Fall, die Liste. Sieht gut aus. Machen wir soweit. Rolex Datejust 41 Millimeter Steel 18K Weißgold. Brauchen wir eine zweite für den anderen Arm? Die gönnen ja wie ein Wochenbund eingereist. Okay, alles klar. Oculus Rift. Demnächst wird dann in 3D gebannt. Bro. Du brauchst keine Oculus Rift, um ein Chat zu moderieren. Brauchst du nicht. Okay, Red Bull. Ja, gar kein Problem. Komplett Schwarzspeed Gaming Mousepad. Ja, kriegen wir von HyperX hin. Habe ich sogar noch hier. Damit dich die anderen Mods nicht mehr mobben. Bin ein iOS-Opfer, lol. Seedach, Wasserkühlung, Pro Gaming, PC-Into. Digga, der kostet 7000 Euro. Der kostet 7000 Euro, Digga. Boman Sandwich Toaster. Ich brauche den zum Überleben. Ja, das ist machbar auf jeden Fall. Follow von Revinstergram. Der eine mit dem Blog... Kenne ich nicht. Einfach... Hier steht, einfach aufreißen und loscrunchen. Digga, ich bin wirklich nur von Retards, wenn ihr hier moderiert, Alter. No fronts, liebe Mods, aber ihr seid ja komplett lost, Alter. Okay, alles klar. Okay, hier. Digga, was ist... Let's Fabs, okay. Digga, was ist das für eine Assi-Liste, Let's Fabs? Let's Fabs, was ist das für eine asoziale Liste? Erst noch eine Flasche Wodka, Digga. Auweia, okay. Okay, dann kommt direkt dahinter her, damit man die Entbannungsanträge erträgt, Digga, mit einer Flasche Wodka. Wenn wir schon kein AMG fahren, dann zumindest eine Fake Rolex am Handgelenk haben. Ich kaufe meinen Mods einfach Fake Rolex wahrscheinlich, oder? 25 Euro, Digga. Mark G. Bauer hasst diesen Trick. Mods brauchen mehr Drip als Ocean am PC. Schlüsselanhänger, Einkaufschip. Alles klar, Digga. Kein Joke, sieht einfach nice aus. Pro-Stil Herrenhalskette, personalisiert Panzerkette. Also, Bro. Bist du dir sicher, dass du nicht lieber Montana Black Mod wirst, Alter, Let's Fabs? All right, okay. Sehr, sehr interessante Sachen, die meine Mods hier gewählt haben, auf jeden Fall. Das waren sehr, sehr wilde, wilde Geschichten, die meine Mods hier haben wollten. Big F an die Leute von meinen Mods, die ihre Liste noch auf Privat hatten. Eure Sachen kriegt ihr natürlich auch. Machen wir alles ready. Machen wir alles ready. Freut euch auf eure Pakete. Kuss und vielen Dank an meine Mods hier an der Stelle für den unglaublichen Support, Digga. Wirklich sehr, 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 sehr wild, Mann. Kann man nicht anders sagen. Ich küsse eure Augen auf euer Herz. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr alle ein unglaublich schönes Gesicht habt. Schreibt die jetzt in die Kommentare. Ich bin wunderschön und ihr seid's auch.